Der letzte Amerikaner, wenn ich mich richtig erinnern kann, der bei der Politik eigentlich gewonnen hat, kannst du dich erinnern? Achten auf zwei Hunde aus Holland. Ich bin mein Glauben, da habe ich gar nicht mehr da. Da bin ich schon oben, richtig, ja? So, das war jetzt ein etwas kürzerer Sprung in der ersten Minute. Mominoth aus Kasachstan, mit 24 Metern. Da waren die Fahrt und wollen mit Tößen. Drei Augen, ja! Da wird ausgeschaut, aber nach Ecken wird er es sicher geben. Wir haben alle nicht viel Fleisch auf den Knochen, die Skispringer zum abholstern. Das war ein blöder Kunt gewesen. Also im Grunde, Stefan kann entgegen passieren, die eigentlich überhaupt nicht passieren.